Ich hätte jetzt so gelacht, wenn es nicht angesprungen hätte. Alter, wie geil! Genau das erwarte ich immer, wenn die Leute es zum ersten Mal spielen. Das ist so richtig geil. Ups, bin ich schon an der Wand? Immer schön ausweichen, wenn sie zu dir her springen. Ja, ausweichen klingt jetzt schon sehr einfach. Nachladen. Keine Munition, keine Munition, keine Munition, keine Munition! Oh Gott, rennen! Das hat mich so genervt, dass sie so einfach gechillt so läuft. VR-Chat hatten wir es gestern von... Sag dir VR-Chat was? Ja, VR-Chat nur virtuell, dass so die Leute aussehen mit verschiedenen Räumen und so. Und da entstehen Beziehungen oder erwachsene Männer, die als Mädchen rumlaufen. Hey, ist das nicht das, was VR-Chat ausmacht? Das alle als kleine Lollis rumlaufen. Digga, was ist das bitte für ein Spiel? Daneben, vom Rucksack, ach du hast keine Munition. Okay, irgendwo ist Munition. Ja, das ist jetzt ein bisschen spät. Auf den Kopf, auf den Kopf! Nachladen. Oberer Knopf drauf bleiben. Linke, ja genau. Ah, er kommt immer näher. Gut, dass die so langsam sind. Die so langsam sind. Ähm, nee, erst die Kamera aufmachen. Sieht aus wie ein Hähnchen, oder? So ein bisschen. Ich krieg da immer Hunger. Muss ich runter? Äh, nein. Alex? Alex, you still there? Mach mal ein anderes Kapitel. Ähm. Nee. Jetzt ist Eddy dran. Okay. Mir wird eh ein bisschen schwindelig. Ich brauch ne Pause. Äh, du musst deine Hand tauschen. Was? Passt doch. Boah. Das ist... Geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Gefährliche Teile sind verboten und klar. Ich hätte nicht gedacht. Naja, das steht auch auf Englisch nochmal. Äh, guck mal nach links. Ah, hallo. Ausweichen. Abla. Was? Ist da Platz? Ja, hier. So. Hallo. Hallo. Erlebt noch, erlebt noch. Gut, 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 jetzt. Ja. Nice. Ach, da freut sich auch. Ist leer. Die Kulisse fand ich auch geil in VR. Boah. Ah. Gutes umschauen. Ach du Schölzer. Hier, da musst du hin. Abgefahren. Gutes umschauen. Gutes umschauen. Gutes umschauen. Gutes umschauen. Gutes umschauen. Nee. Die wollen es nicht. Du triffst nicht. Ach so. Guck dir das an, ey. So, das ist anatomisch auch so. Ach du Scheiße. Guck mal die Zähne an, ey. Okay. Geil. Junge. Junge, so ein Feuerball. So ein Feuerball, Junge. Deine Hand so reingreifen und... Ah, cool. Wo ist denn der? Ah, hier. Aber mach es nicht falsch, gell? Wenn die vor dir explodiert, das tut nicht gut. Ja, Glück gehabt. Guck, guck, guck. Auf. Hammer. Ich hätte jetzt so gelachen, wenn es nicht angesprungen hätte. Ich habe noch mal die süßen Beinchen. Du, 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 du. Ah, weg mit dir. Blutet das noch? Es saftet. Alter. Es gibt da auch, ähm, Surgeon Simulator. Operieren in VR. Echt geil. Yeah, er hat es erkannt. Ah, scheiße. Damn. Ach, Mann. Oh mein Gott! Jawoll! So, jetzt die Tür auf. Jetzt kann sie rein. Die sind ineinander hier. Sexy time. Aua! Geil! Das ist geil jetzt! Und nochmal, äh, äh, Magazin leeren? Oh komm! Na! Bin ich tot? Ja! Oh! Zürcher! Zürcher! Aufmerksamkeit! Zürcher! Zürcher! Inverteid! Die sind echt geduldig, die kommen gar nicht auf dich zu. Der ist tot. Okay. Und jetzt wieder das Ding hoch schnallen. Oh, okay, so elegant habe ich es nie gemacht. Bin schon ein Profi, oder was? Ah, da ist nichts drin. Nein. Oh. Ah, hast du das gesehen? Jetzt übertreiben wir es. Boah. So, Feuerball, Junge. Boah, Junge. Gute Wahl. Oba. Boah. Fuck, Alter. Oh Mann, du machst die Spannung immer weg. Mann. Oh. Oh. Ist der weg? Nachladen. Achso, ja, du hättest noch Kugeln gehabt, sorry. Stift, Schaft, Schlitten. Schlitten. Scheiße. Nachladen. Ja, genau. Kannst auch an der Seite, an der Deckung, ja genau. Hä? Oh, heilen wär nicht schlecht, ja? Ja, okay. Ja, hier ist nix zum heilen. Wer wills auf die harte Tour? Vorsicht nur, ah, ich wollt's grad sagen, einschossen bis tot. Nein. Versuch's mal da mit der Deckung, wie ich meinte. Ja. Am linken Handgelenk hast du noch ne Granate. Sehr gut. Nachladen. Ah, cool. Sind alle weg? Es könnten noch Drohnen kommen. Die Musik läuft noch, das heißt, es sind noch Gegner da. Hinter dir. Das war's. Geil. Du kannst auch selber reingehen. Echt? Mit, halt, in echt. Richtig rein. Geh rein. Los, richtig, richtig, richtig rein. Mit dem ganzen Körper. Los, tu es. Das geht gar nicht. Mit dem echten Körper rein. Mit dem realen Körper rein. Ohne dich im Spiel aber zu bewegen. Und jetzt gehst du in Wirklichkeit einen Schritt vor. Ja. So. Ja. Los, tu es. Alter. Warte, warte. Diese Tür aufmachen, das wär auch mit rein. Ja. Oh, meine Hand ist stehen geblieben. Oh, Schlaganfall. Guck mal. Ey, ist das krass, ey. Okay. Das ist echt. Es geht nicht, Scheibe ist ja kaputt. Okay. Na, egal. Krass. Aber das, den Kofferraum kannst du aufmachen. Ja. Das geht mir nicht. Wann? Wenn da reingeht, kannst du es wieder zumachen. Wie geil. Wie geil. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.